Herzlich Willkommen bei O2, ich bin's Nils. Mit O2 TV kannst du jederzeit und überall ganz bequem und einfach Fernsehen schauen. In diesem Video erfährst du, wie du die O2 TV App auf deinem Apple TV installierst. Buchung und Registrierung deines O2 TV Paketes solltest du dabei bereits vorgenommen haben. Jetzt brauchst du nur noch die Fernbedienung von deinem Apple TV. Und los geht's! Sobald du deinen Fernseher samt Apple TV gestartet hast, gelangst du hier auf die Startseite. Wische auf der Touch-Oberfläche deiner Fernbedienung erst nach unten und dann nach rechts, um zum App Store zu gelangen. Öffne den App Store jetzt, indem du auf die Touch-Oberfläche klickst. Dort angekommen, wische erneut auf der Touch-Oberfläche nach ganz rechts und gehe auf Suchen. Gib hier als Suchbegriff nun einfach O2 ein. Wähle O2 TV aus, indem du auf der Touch-Oberfläche erneut nach unten wischt und klicke anschließend auf diese. Klicke erneut auf die Touch-Oberfläche, um mit der Installation von O2 TV zu beginnen. Warte, bis die Installation abgeschlossen ist und klicke anschließend auf Öffnen, um O2 TV zu starten. Beim ersten Start musst du O2 TV jetzt noch auf deinem Apple TV aktivieren. Am einfachsten ist das mit deinem Smartphone und deinem QR-Code-Scanner. In vielen Geräten ist dieser bereits in der Kamera-App integriert. Falls nicht, kannst du dir jederzeit einen im Play Store deines Gerätes herunterladen. Gib dazu einfach in der Suche QR-Code ein. Nimm dafür jetzt dein Smartphone und scanne den QR-Code oder gib den eingeblendeten Link ein. Bestätige das Öffnen der Seite mit OK. Unter Umständen wirst du hier erneut aufgefordert, die MyNo2-Login-Daten zu dem Account einzugeben, auf dem du O2 TV gebucht hast. Schau jetzt noch, ob der Code auf deinem Smartphone mit dem auf deinem Fernseher übereinstimmt. Wenn ja, geh auf TV-Gerät aktivieren. Bestätige erneut mit TV-Gerät jetzt aktivieren. Großartig! Damit hast du O2 TV jetzt erfolgreich auf deinem Apple TV installiert und aktiviert. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit O2 TV und deinem Wunschprogramm für zu Hause. Falls du weitere Fragen zu O2 TV hast, besuche unsere Website unter o2.de.tv. Dir hat unser Video geholfen? Dann abonniere gerne unseren Kanal. Das war's für heute von mir. Tschüss, dein Nils.